So, willkommen zurück bei FRIEDOU Ja, während ich noch mal wieder 5 kredit habe, um gerade dabei durchzuladen Ich hoffe, dass noch nicht zu viel Performance Ähm, ja, gut Nichtsdestotrotz Ähm, ja, so Ok Unlock the game Level 23 Oh, der eine größere, ne, mit 260 Gegner Oh Ok, da ist endlich mal Lava Ähm Mal gucken, nicht mal hoch, ne? Das ist ja Bullshit Interessant Was zur Hölle? Na klar Könnt schon wieder los mit Fallen Oh Mann Oh Mann Oh Mann Mal einzig Mal einzig Perfekt Das ist jetzt noch mehr Wow Hör mal schon mit der Rohrladen Ok, ich hoffe, dass du was Hatte hinten eine Shotgun-Munition Hätte ich auch gleich mal einen Shotgun nehmen können Hätte ich gleich wieder Munition gehabt Na gut Ähm, dauert die mal ein bisschen weh Gut Ok Ok Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ähm, ok Ähm, ok What the fuck Alter Hier geht der schon wieder ab, ey Ist ja schlimm Hallelah Ok Oha Ah, schön viel Munition Wow Ich hoffe, ich bin hier nicht willkommen Ah, dass ich immer so lange zum Nachleihen brauche Oh wow Ja, wow, das war genau das, was ich wollte Ja Jo, der hat also die Fischertgunne Dann nehmt mal gleich die Wache hier Oh Wow Wow Ich muss mich hier so verschießen, ey Ist ja auch schlimm, ja Ja, komm her So, dann habe ich das Problem für dich Hat natürlich nicht geklappt Oh Mann Oh Mann Oh Mann Ist da schon wieder ein Munitionverbrauch hier ホ- Also da gehört weiter Oh Mann Oh Mann Oh Mann Was? 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 Achso, es ist eine zusammenhängende Raum. Okay. Hier ist keine Tür. Gut. Oh Mann, Alter. Oh, ist auch viel offen. Ah, das war schon fast klar. Na komm her. Was? Warum denn die Fischer? Wo ist er? Was macht der denn hier? Oh Mann ey. Ich habe gerade eben wahrscheinlich wieder aus Versehen so ein 20er Pack aufgetragen. Keine Ahnung. Oh Mann. Oh Mann. Danke. Danke. Oh, hier sind sie bei dem Kacko-Diemann? Den wird gerade erledigt haben wahrscheinlich. Ah, wo denn jetzt ist er? Ah, wow. Da wurde ich noch gar nicht hin. Na komm. Ich habe die Kacko-Diemann. Ich habe die Kacko-Diemann. ich darf schon wieder runterfalle ich gebe jetzt vorher noch mal die tür hier unten rein, wo es hier ist ich habe nichts der axt oh was ach du kacke bin ich genau da wo ich gerade runtergefallen bin ach so, in der eben ist ja der schon auch nie mal oh der 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 du du der du wö Leute, diese Stufe hier, ist doch immer normal hier. Ja, das ist ja nicht so gut, das ist ja nicht so gut, das ist ja nicht so gut. I smell you. I smell you. I smell fear. Was ist das? Für die, die es nicht wissen, diese Leute in diesen Grünanzügen, gegen die ich gerade gekämpft habe, die sind extrem agil und haben extrem gute KI, also die, ja, KI, die können halt einfach nur extrem gut ausweichen. Ob man das jetzt wirklich als gute KI bezeichnen kann, keine Ahnung, auf jeden Fall weich sieht halt immer gut aus und renn halt auch immer zickzack und alles nur Fischer, also, naja. Wie komme ich da näher ran? Gibt es immer noch, Alter? Ja, wow. Danke. So, hier war ich ja bereits. Hier komme ich nicht rein. Wow, wow, wow. Oh, der ist ja wirklich gesiekelt. Nice. So, wo muss ich jetzt hier lang? Guck, hier war ich doch bereits. Der ist falsch bereits. Nee, jetzt auch nichts. Ach, das ist auch ein Tier. Gut. Dann nehme ich mal die direkt. Okay. Okay. Ach so. Auch noch ein Secret. Okay. Ach so. Auch noch ein Secret. Okay. weiter wieder alles so verwickelt genau das war ich noch nicht, hier war ich auch noch nicht keine Ahnung ob ich da hochkomme, wahrscheinlich durch diesen anderen Gang hier was? wer schießt denn hier mal? ach da oben, aaaaaaah wer schießt denn noch einer? lecker mio cool, hier wollen wir sagen aha äh ok oder auch nicht zwölf secrets, ihr wollt mich doch verarschen das schöne ist, sie sind schon eingezeichnet alle das schöne ist, sie sind hier das schlechte, sie sind hier gerade ungefähr oder nicht oder nicht oder nicht oder nicht oder oder nicht Okay. Ah, okay. Wow. Ah. Gut, ich würde das Ding wahrscheinlich sowieso nicht aufnehmen, weil ich bin voll und so, aber... Man weiß ja, wie es gerne läuft. Ach, hier geht's weiter. Okay, gut. Oh, Mann, Alter. Oh, Alter. Diese Fehlschüsse hier. Klappe. Die Revenance, Alter. Die gehen jetzt so... Oh, ich ziehe. Was? Doch. Ah, das ist ein Fahrschuh. Was? Wow. Alter, wir haben doch nicht mal schießen hier. Meine Fresse. So dumm wie ich schon mal schießen könnte. Achso, ich bin da selber. Ha. Ich bin echt zu dumm vom Kacken her, Alter. Wie kann man da nicht so mies zieren? Ne, komm, wir bleiben bei der hier. Hab ich kurz aufsträufelt. Ich bin echt zu dumm. Oh, ich bin echt zu dumm. Ich bin echt zu dumm. Ich bin echt zu dumm. Oh, Gott. So. Na klar, die werden natürlich jetzt immer noch... Ach, die werden beide überlegen. Ja, warum auch nicht? Da bin ich. Da blüch! jetzt sind die wieder gestorben ich hab keine ahnung warum aber ok so kann ich hier nicht hoch oder ist das nein kann ich nicht hoch oh Oh, fucker, yo. Scheiße. Halt, wann können die hoch und runter ziehen? Was ich hier in der dritte Foto? Geh auf. Diech, was ich hier weg ist? Muss ich hier weg? Ich werde schreiten. Ich werde schreiten. Ich werde schreiten. Ich bin sehr sicher. Ich bin zu einer, die hoch zu machen. Und so lecker sind. Ich werde was glatt nehmen, wenn ich die Verzeihung nicht mehr höfst. Er kommt weg, weg, weg. Ja klar. Ja klar, überlebt doch gleich. Die Woche mag ich aber nicht verhauen zu werden. Ich habe ein hacktes Boden. Ich habe das ganze Zeit. Das ist ein hack. Ich habe das ganze Zeit, die ich für euch in aller Playmbe. Ich habe das ganze Zeit, wo ich bin. Go cucaen. Du hast die Tür. ich hab wieder falsch ich hab wieder falsch okay so gleich zwei na nix klar das ist vollkommen verständlich ja ich glaube ich stehe jetzt noch raus komm Was ist das? Das war's für heute. 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 I smell you. Das war's für heute. I smell you. 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 Das ist doch so eine Idee. Also ganz ehrlich, diese Möp ist schon hier echt... Nicht mein Geschmack. Guck mal, ob es irgendwo noch eine Hälfte gibt. Sonst kriege ich hier noch ein... Ach, hier drin sind die Flücher. Ja, gut, okay. Nee, eben, das ist ja auch ein Flügel rein spawnen. Aber wo spawnen die da rein? Ist ja auch egal, letztendlich. Ist letztendlich, denke ich mal, scheißegal. Ich suche mal ein Healthpack. Solange ich die da alle rein spawnen. Ah! Gut, hier haben wir nicht. Da war da hinten. Ist der Toner. Ah, das ist genau der Raum, wo ich gerade komme. Wie kommt ihr zur anderen Seite? Gar nicht. Erstmal. Okay. Und dann also erstmal nicht. So, alle rein gespawnt jetzt endlich. Wow, das wollte ich gerade gar nicht. Das wollte ich nicht die anderen. So. Wow. Klar, clipp dich einfach in der Wand fest und spring dann aus der Wand raus. Das macht ja auch echt voll Sinn jetzt hier. Wow. Kommt spring her. Wird nicht, kann er nicht hoch springen? Wird nicht, kann er nicht hoch springen? Was ist das jetzt endlich? Wird nicht, kann ich ja raus. So. Das wäre jetzt der Raum. Da hätten wir irgendwie gar nichts gebracht. Kann das sein? Wird nicht, ne? Ja. Nur hoffenweise Munition. Gut. Okay. Da kommt jetzt der andere. Das habe ich mit dich. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Der andere. Das hatte ich mit dir. Oder? Das hat gekauft. Das ist das jetzt. Ja. Das war's. Der ist nicht so schön, aber es ist nicht so ähnlich. Ah, was soll der Kick noch? Oh, come on. Was ist das? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Äh, kommt hier auch gut oder was? Ok, kommt hier weiter und zurück. volumes und bevor viele Turniere können. Oh, für den wir. Wir müssen die Den first auf das Wasser mal entfernen. Gemä bis zur Arbeit, den du Bestimmer! Ich sag Tipp sehe! Komm, ich hab noch 10 Leben. Wow. Ich bin echt begeistert. Ich korrigiere, Schattensherrchen. Aber ich weiß nicht, was kann ich machen. Ich lasse mal lieber hier mit. Aber ich soll, komm hier. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Platz mal hier für die Fischer. Okay. Einer führt noch. Okay. Ach so, ich habe noch nicht, ich habe noch nicht. Komm her. Okay. So, da kommen wir wieder hin. Moment. Okay. 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 Haa, hier geht es auch noch weiter. Mensch, Mann. Ach gut, das ist ein Ding. Hä, da muss man noch auf? Okay. Jetzt kriegen wir noch das Spannste Schlemmkummer. Hä? Also dafür, dass es ein Secret ist, ist es relativ wenig ein Secret. Na gut. Oh, Alter. Jetzt ist doch wohl die restlichen Blieger da sind. Ja, klar. Ja. 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 Was ist das? Und wenn ich doch immer noch keine Ahnung habe, was das jetzt hier ist, wofür das jetzt jetzt hier alles ist. Und hier ist auch keine mehr. Komm ich da jetzt noch hier rüber oder so? Nee, ist immer noch gesperrt hier alles. Na gut. Ja. 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 das klingt nicht wunderbar unsere schöne russung hier aufgesammelt und jetzt na gut, wird jetzt schon noch 200 so kann man es lassen keine ahnung wieviel wir hier auf der vorraten gerade ich bin durch mit dem level oh god das ist doch mal wieder ein super interessantes, eigentlich total abgefucktes level schauen wir mal drauf